Heute habe ich mal wieder die Fälle von 8 Serienmördern und Serienmörderinnen für euch. Einige der Fälle sind echt ziemlich krass. Eine spezielle Warnung gilt für die beiden letzten Fälle, die von Aku Yadav und von Dorangel Vargas. Bitte lasst ein Like da und denkt daran den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Der 34-jährige Hiroaki Hidaka arbeitet als Taxifahrer in Hiroshima. Am 18. April 1996 fährt er zum Shintenshi-Park in Yagenburi, wo er sich mit der 16-jährigen Rie trifft. Rie möchte sich dringend nebenbei Geld verdienen, da sie ihrem Vater helfen möchte, einige Schulden zu begleichen. Hiroaki kennt Rie nicht persönlich, sondern er ist auf sie aufmerksam geworden, da er häufiger Frauen bezahlt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Hiroaki stammt aus der Präfektur Miyazaki und war eigentlich immer ein sehr guter Schüler, doch er schafft es nicht, einen Studienplatz an der Uni in Tsukuba, die er gerne besuchen wollte, zu bekommen. Stattdessen beginnt er ein Studium an der Uni in Fukuoka, das er aber abbricht. Er beginnt, mehr und mehr zu trinken und fängt zu der Zeit an, Frauen für gemeinsame Treffen zu bezahlen. Schließlich geht er nach Hiroshima, um als Taxifahrer zu arbeiten und lernt in der Stadt auch seine Frau kennen. Durch das ganze Geld jedoch, das er für weitere Frauen ausgibt, hat er bereits hohe Schulden. Nach dem Treffen mit der 16-jährigen Rie macht er sich gemeinsam mit ihr auf den Weg, um sie zum Bahnhof zu bringen. Doch unterwegs kommt ihm plötzlich der Gedanke, wie viel Geld er sparen könnte, wenn er sie nicht bezahlen müsste. Er hatte mit Rie eine Summe von 150.000 Yen, etwas über 1.000 Euro, vereinbart. Er sagt zu ihr, dass irgendetwas mit dem Auto nicht stimmt und hält auf einer verlassenen Seitenstraße an. Er sagt ihr, dass er ihre Hilfe benötigt und bittet sie, unters Auto zu schauen. Als sie sich dafür hinunterbückt, stranguliert er sie von hinten mit seiner Krawatte. Anschließend wirft er ihre Leiche in einen Wasserkanal in einem Vorort von Hiroshima, wo sie am nächsten Tag von einem Anwohner gefunden wird. Es dauert eine ganze Weile, bis sie identifiziert werden kann, da Hiroaki ihre Geldbörse mit ihrem Ausweis und so weiter behalten hat. Vier Monate später vereinbart er ein Treffen mit der 23-jährigen Rie Furuzuki. Sie möchte sich für 30.000 Yen, also rund 200 Euro, mit ihm treffen. Doch obwohl diese Summe wesentlich geringer ist als bei seinem ersten Opfer, beschließt er, auch Rie Furuzuki umzubringen. Er geht genauso vor wie beim ersten Mal, täuscht einen Motorschaden vor und erdrosselt sie. Dann lässt er ihre Leiche an einem Fluss zurück. Hiroaki beginnt, Gefallen an seinen Taten zu finden. Bereits einen Monat später, im September 1996, schlägt er wieder zu. Die 45-jährige Mariko Fujiyama, die sich auf ein Treffen mit ihm eingelassen hatte, wird dem Wagen von ihm zu bestimmten Handlungen überredet. Währenddessen zieht Hiroaki ihr den bereits vorbereiteten Gürtel um den Hals und erdrosselt sie. Mariko wehrt sich heftig, doch Hiroaki kennt keine Gnade. Nachdem er auch ihr noch ihr Bargeld gestohlen hat, lässt er ihre Leiche ebenfalls am Ufer eines Flusses zurück. Nur eine Woche später trifft er sich mit einer 32-jährigen Frau, die sich im Rahmen ihres Jobs Ai-Chan nennt. Er hat sie bereits mehrfach getroffen, doch an diesem Abend hat er nicht vor, sie wieder gehen zu lassen. Nachdem er mit ihr in einem Hotel war, stoppt er wie üblich auf einer abgelegenen Straße. Als er Ai-Chan bittet, ihm behilflich zu sein, wird sie anscheinend misstrauisch, denn sie sagt plötzlich, dass es kein Problem sei und dass sie nach Hause laufen würde. Sie geht sofort los und beeilt sich, von Hiroaki wegzukommen. Doch er fährt ihr im Auto hinterher. Er holt sie ein und zwingt sie mit einem gezogenen Messer, wieder ins Auto zu steigen. Dann lässt er seine Wut an ihr aus und schlägt sie mehrfach brutal ins Gesicht, bevor er auch sie mit der Krawatte stranguliert. Ihre Leiche lässt er im hohen Gras direkt neben der Straße zurück. Sie wird am nächsten Tag von einer Frau gefunden, die dort ihren Hund spazieren führt. Zur gleichen Zeit, als die Polizei beginnt, den Vorfall zu untersuchen, geht Hiroaki seiner Arbeit nach und fährt Taxi. Doch er wurde gemeinsam mit Ai-Chan gesehen, und zwar von verschiedenen Zeugen, einmal in der Nähe des Tatortes und von weiteren in dem Hotel, in dem sie zuvor waren. Durch das Hotel kann die Polizei dann seinen Namen ermitteln, doch Hiroaki ist zwei Tage nach seiner letzten Tat in seine Heimatstadt Kyushu geflüchtet. Nur vier Tage später allerdings fühlt er sich wieder sicher und kehrt zurück. Wieder in Hiroshima hat er dann das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Polizei observiert ihn tatsächlich bereits und nimmt ihn am nächsten Morgen bei einer Verkehrskontrolle fest. Er gesteht nicht nur den Mord an Ai-Chan, sondern auch seine drei vorherigen Taten. Die Leichen von Ryo Furuzuki und Mariko Fujiyama hatte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gefunden. Für die vier Morde erhält Hiroaki Hidaka im Jahr 1996 die Todesstrafe. Er wird im Jahr 2006 im Alter von 44 Jahren hingerichtet. Robert Mordsley wird 1954 in Spieg in Liverpool geboren. Da er noch elf Geschwister hat, geben seine Eltern ihn zunächst in ein Heim und holen ihn erst im Alter von acht Jahren nach Hause. Die Situation in der Familie ist allerdings schlecht. Robert und seine Geschwister werden von ihren Eltern regelmäßig verprügelt und er wird wieder aus der Familie genommen. Im Alter von 16 läuft er aus dem Heim weg und geht nach London. Zu dieser Zeit verdient er sein Geld auf der Straße, wo er gegen Bezahlung andere junge Männer mit in Hotels nimmt, wobei er allerdings oft von wesentlich älteren Männern ausgenutzt wird. So entwickelt er langsam einen Hass auf diese Männer, die es speziell auf Jüngere abgesehen haben. Bereits als Teenager beschreibt Robert einem Arzt, dass er Stimmen hören würde. Im Jahr 1975, als er 21 ist, wird er wegen Mordes inhaftiert. Er hat John Farrell umgebracht, mit dem er eine Nacht verbracht hat. Robert sagt, John hätte ihm ein Foto bestimmter Art von Kindern gezeigt und deswegen sei er ausgerastet und hätte John mit einem Draht gewürgt, anschließend auf ihn eingestochen und schließlich noch mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen. Da verschiedene psychische Störungen bei ihm festgestellt werden, wird er als strafrechtlich nicht verantwortungsfähig eingestuft und zu einem lebenslänglichen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, und zwar dem berüchtigten Broadmoor Hospital, einer Klinik für gefährliche Straftäter, verurteilt. Im Jahr 1977 hackt er gemeinsam mit einem weiteren Insassen, David Cheeseman, einen Plan aus. Er hat immer noch einen Hass auf Personen, die bestimmte Taten ausführen und deren Opfer Kinder sind. David Francis sitzt wegen genau solchen Taten im Broadmoor Hospital ein und Robert und David Cheeseman locken ihn gemeinsam mit sich in einen Raum, den sie dann verbarrikadieren. Sie halten Francis als Geisel und tun ihm Gewalt an. Die Aufseher kommen nicht in den Raum, da Robert und Davis drohen, Francis dann umzubringen, doch sie können durch ein Loch in der Barrikade erkennen, dass Francis mit selbstgebastelten Waffen bedroht wird. Die beiden behalten ihn neun Stunden lang in ihrer Gewalt, bevor sie ihm eine ihrer Waffen ins Ohr rammen und ihn töten. Das Personal hatte zuvor nicht eingegriffen, um das Leben von Francis nicht zu gefährden. Dieses Mal wird Robert wegen Mordes verurteilt und kommt ins Wakefield-Gefängnis. Er möchte gerne nach Broadmoor zurück, doch er muss im Gefängnis bleiben. Ein anderer Insasse, Selny Davut, beginnt, ihm Französischunterricht zu geben. Davut ist im Gefängnis, da er seine Frau umgebracht hat, und das ist Robert ein Dorn im Auge. Als Davut ihn wieder in seiner Zelle besucht, stranguliert er ihn mit einem vorbereiteten Draht, sticht mit einem selbstgebastelten Dolch auf ihn ein und versteckt seine Leiche anschließend unter seinem Bett. Da die Zellen geöffnet sind, versucht er, weitere Insassen zu sich einzuladen, doch keiner nimmt das Angebot an, also macht Robert sich mit seinem Dolch auf den Weg durch die Korridore des Gefängnisses. Als er auf den Insassen Bill Roberts trifft, greift er ihn an, drängt ihn gegen die Wand und beginnt, mit seinem Dolch auf seinen Kopf einzustechen. Er bringt Bill ebenfalls um und geht danach selbst zu einem der Wärter, dem er erklärt, dass er bei seinem nächsten Rundgang zwei Gefangene weniger vorfinden würde. Nach diesem Vorfall kommt Robert in Isolierungshaft. Im Keller des Wakefield-Gefängnisses wird im Jahr 1983 extra eine Zelle für ihn errichtet, die mit einer dicken Plexiglasscheibe versehen ist, so dass jeder Winkel der Zelle jederzeit beobachtet werden kann. Sie wird mit der Zelle von Hannibal Lecter verglichen. Roberts komplette Möblierung dort besteht aus Pappe. Bis heute befindet er sich in dieser Zelle. Er hat bereits mehrfach schriftlich darum gebeten, wieder in eine normale Zelle zurückzudürfen und auch ein Neffe von ihm hat versucht, sich für ihn einzusetzen, mit der Begründung, dass er ja keine unschuldigen Leute umgebracht hätte, sondern Straftäter einer bestimmten Art. Doch zum aktuellen Zeitpunkt befindet Robert sich noch im Keller des Wakefield-Gefängnisses. Jai Shankar wird im Jahr 1977 in Kanyanpati in Tamil Nadu in Indien geboren, wo er auch aufwächst. Er heiratet, bekommt mit seiner Frau drei Kinder und hat einen festen Arbeitsplatz als LKW-Fahrer. Wann genau er damit beginnt, Frauen zu attackieren, ist unklar. Den ersten Übergriff, der gemeldet wird, begeht er im Jahr 2008. Er überfällt und belästigt die 45-jährige Shia Mala im Ort Peranda-Halli, die sich heftig gegen ihn wehrt, woraufhin er versucht, sie umzubringen. Doch die Frau kann fliehen und meldet sich bei der Polizei. Damals kann Jai Shankar jedoch noch nicht als Täter identifiziert werden. Er bereitet sich auf seine weiteren Taten nach der Flucht seines mutmaßlich ersten Opfers besser vor und hat ab diesem Zeitpunkt immer eine schwarze Tasche dabei, in der sich eine Machete befindet. Innerhalb von nur einem Jahr überfällt er eine hohe Anzahl von Frauen, immer mit den Zielen, bestimmte Handlungen zu erzwingen. Mindestens zwölf der Frauen, die sich gegen ihn wehren, tötet er mit der Machete. Seine Opfer sucht er sich überwiegend im Rotlichtmilieu. Manchmal überfällt er auch einsame Farmhäuser. Am 23. August 2009 entführt und tötet er die 39-jährige Polizistin Jayamani. Ihre Leiche wird einen Monat später gefunden. Ebenfalls im September ermordet er, gemeinsam mit einem weiteren Mann, Mohan Selvam, eine 50-jährige Frau in Namakal. Durch den vorherigen Mord an der Polizistin Jayamani kommt die Polizei schließlich auf die Spur von Jai Shankar und sie leiten eine Großfahndung nach ihm ein. In der Presse wird er Psycho Shankar genannt. Am 19. Oktober kann er schließlich festgenommen werden und bei seinen Verhören gesteht er, für die ganze Mordserie verantwortlich zu sein. Mohan Selvam hat offenbar mehrere der Taten mit ihm gemeinsam begangen. Die letzte Tat an der 50-Jährigen kann ihnen nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dafür einige der anderen. Es dauert über zwei Jahre, bis endlich sein Prozess beginnt. Am 17. März 2011, nach seinem ersten Verhandlungstag in Darmapuri, machen sich zwei Polizisten mit ihm in öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Rückweg. Als sie an einer Bushaltestelle warten, gelingt Jai Shankar die Flucht. Natürlich beginnt sofort eine Suche nach ihm, doch er bleibt verschwunden. Bevor Jai Shankar die Stadt Darmapuri verlässt, tötet er einen Mann und ein Kind, dann flüchtet er nach Karnataka. Dort bringt er im Verlauf von nur einem Monat sechs weitere Frauen nach seiner üblichen Methode um, bevor er die Stadt wieder verlässt. Ein Handy, von dem die Polizei vermutet, dass es von Jai Shankar genutzt wurde, wird Ende April im Raum Delhi geortet. Allerdings denken die Ermittler, dass er es dort entsorgt hat und niemand überprüft, ob er sich nicht doch dort aufhält. Anfang Mai dann wird das gleiche Handy bei Mumbai geortet, was bedeutet, dass es wohl doch noch in Benutzung ist. Ein Spezialteam von 15 Ermittlern wird in die Gegend geschickt, um Jai Shankar ausfindig zu machen. Doch er ist bereits wieder auf einem gestohlenen Motorrad nach Karnataka gefahren, wo er am 4. Mai eine Frau attackiert, die alleine vor dem Dorf auf einem Feld arbeitet. Sie beginnt zu schreien und ihr Mann sowie ein Freund, die ganz in der Nähe sind, kommen angerannt, um ihr zu helfen. Auch einige der anderen Dorfbewohner sind aufmerksam geworden und können Jai Shankar, der flüchten will, festhalten, bis die Polizei kommt. So wird er schließlich erneut festgenommen und dieses Mal wird ihm sofort der Prozess gemacht und er wird zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Als er im Gefängnis ist, schafft er es, einen Zweitschlüssel zum Krankenhausbereich des Gefängnisses in seinen Besitz zu bringen. Dabei hatte er vermutlich Hilfe von einer der Wachen. Am Abend des 31. August faked er eine Krankheit und wird in den Krankenflügel eingewiesen. Er zieht sich dort eine Polizeiuniform an, die er wahrscheinlich ebenfalls von seinem Helfer bekommen hat und flieht in der Nacht mit seinem Zweitschlüssel aus dem Krankenhaustrakt. Er muss aber noch die Mauer überwinden. Dazu balanciert er mithilfe einer Bambusstange einige Meter weit auf der Mauer entlang, bevor er an einer geeigneten Stelle abspringt. Zuvor wirft er dort noch seine mitgebrachte Bettdecke zu Boden, die seinen Sprung abbremsen soll. Dennoch verletzt er sich bei der Flucht, was die Polizei anhand von Blutspuren an der Mauer feststellt. Nach seiner Flucht werden elf Mitarbeiter des Gefängnisses suspendiert. Natürlich findet sofort wieder eine Großverhandlung nach ihm statt. Frauen werden vor ihm gewarnt und angehalten, nicht alleine nach draußen zu gehen. Jaischanka hat sich in ein Versteck begeben, da er sich bei dem Sprung von der Mauer ein Bein gebrochen hat. Natürlich kann er sich nicht behandeln lassen und er nimmt mit einem flüchtigen Bekannten Kontakt auf und bittet ihn um Hilfe bei seiner weiteren Flucht. Er weiß nicht, dass der Bekannte, der ihm ein Fluchtfahrzeug versprochen hat, als Informant für die Polizei tätig ist und er geht am 6. September zu einem verlassenen Gebäude, wo der Mann sich mit ihm treffen will. Dort kann er erneut festgenommen werden. Er bekommt nun eine Gefängniszelle mit einem speziell designten Schloss, das aus seiner Reichweite ist und eine Flucht unmöglich machen soll. Im Jahr 2018 versucht er dennoch wieder zu entkommen, doch dieses Mal scheitert er und muss zur Strafe in Einzelhaft. Nur einen Monat später wird er tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Es gibt keine Fremdeinwirkung. Abdullah Aksoy wird im Jahr 1911 in Chumra in Konya in der Türkei geboren. Er hat noch drei Brüder. Als Kind leidet er in Epilepsien und zu der Zeit gibt es in der Türkei keine Möglichkeit, dies zu behandeln. Doch dann verschwinden seine Symptome von alleine. Bereits als Jugendlicher beginnt er, auf Baustellen zu arbeiten. Im Alter von 15 Jahren wird er dann bei einem Autounfall verletzt und danach treten auch plötzlich seine Epilepsie-Symptome wieder auf. Seine Bekannten bemitleiden ihn deswegen. Als junger Mann hält er sich gerne in Cafés auf und unterhält sich dort hauptsächlich mit eher älteren Männern. Gleichaltrige Freunde hat er keine. Zwei seiner Brüder sind inzwischen nach Deutschland gegangen. Nur einer ist noch in der Stadt und arbeitet dort als Kutscher. Abdullah heiratet, doch seine Ehe scheitert nach kurzer Zeit. Auch seine zweite Ehe hält nicht lange, was daran liegt, dass er sich eigentlich für Männer interessiert. Nachdem sein Vater dies herausfindet, brechen seine Eltern den Kontakt zu ihm fast vollständig ab. Wieder hat sein Umfeld Mitleid mit ihm. Seine Nachbarn denken, dass seine Frauen wegen seiner Erkrankung weggelaufen seien und sie bemerken, dass er kaum Kontakte zu anderen hat. Im Jahr 1966 macht sich ein Mann namens Muharrem Özkaya auf den Weg nach Chumra, um dort Freunde zu besuchen. Doch er kehrt nicht nach Hause zurück und meldet sich nicht mehr bei seiner Familie. Seine Frau beginnt, in Chumra nach ihm zu suchen und sie erfährt, dass er mit dem inzwischen 55 Jahre alten Abdullah Axol gesehen wurde. Abdullah wird zu einem Verhör bestellt. Er behauptet zunächst, Muharrem nicht zu kennen, doch dann gibt er zu, dass er gemeinsam mit ihm unterwegs war. Muharrem sei dann aber abends wieder gegangen, nachdem er ihn zu Hause besucht hatte. Nach dieser Aussage sucht die Polizei Abdullah in Begleitung von Muharrems Ehefrau zu Hause auf. Er wohnt in einer kleinen Lehmhütte und hat einige Bienenstöcke. In der Gegend befinden sich weitere Lehmhütten, doch alle sind einige hundert Meter weit voneinander entfernt. So hat er keine Nachbarn, die ihn unmittelbar beobachten können. In der Hütte fallen der Polizei sofort Blutflecken auf einer Bettdecke und auf dem Fußboden auf. Kurz darauf finden sie Muharrems Uhr und seine Kleidung in Abdullahs Haus. Nach diesen beunruhigenden Entdeckungen lässt die Polizei Abdullahs Grundstück durchsuchen. Ein alter, zugeschütteter Brunnen wird ausgegraben. Darin wird Muharrems Leiche gefunden. Sie ist fast vollständig nackt und wurde kopfüber eingegraben. Er wurde an Händen und Füßen gefesselt und hat Schnittverletzungen am Kopf. Sein Tod wurde allerdings herbeigeführt, indem er ertränkt wurde. Abdullah streitet zunächst ab, dass er den Mann getötet hat, doch nach einiger Zeit in Urhaft gesteht er die Tat. Er sagt, dass er Muharrem mit nach Hause genommen hätte, um vielleicht die Nacht mit ihm zu verbringen, doch dann seien sie in Streit geraten. Dabei sei er so wütend geworden, dass er ihn getötet hätte. Im Raum Chumra hat es in den letzten fünf Jahren allerdings noch mehr Vorfälle gegeben. Eine ganze Reihe weiterer Männer sind dort spurlos verschwunden. Nach Abdullahs Geständnis im Fall von Muharrem beschließt der Polizeichef, ihn auf eine Beteiligung an den anderen Vorfällen zu überprüfen. Bei den Ermittlungen finden sich Hinweise darauf, dass die vermissten Männer zuvor Kontakt zu Abdullah Aksuay hatten. Dann taucht noch ein wichtiger Zeuge auf. Ein Arbeitskollege, der einmal abends von Abdullah nach Hause eingeladen worden war, berichtet, von ihm niedergeschlagen worden zu sein. Als er später wieder aufwacht, sind sie im Freien und er stellt fest, dass Abdullah ihm Schnittverletzungen am Kopf zugefügt hat und dass er bereits eine Grube ausgehoben hat, um ihn darin verschwinden zu lassen. In Panik schafft er es, im letzten Moment von seinem Grundstück zu flüchten. Doch bevor der Mann am nächsten Tag zur Polizei gehen kann, geht Abdullah selbst dorthin und behauptet, von seinem Kollegen attackiert worden zu sein. Die Verletzungen hätte er ihm in Notwehr zugefügt und dann hätte sein Kollege ihm noch Bargeld gestohlen und sei aus seinem Haus geflüchtet. Die Behörden glauben Abdullah und sein Opfer wird zu zwei Monaten Haft verurteilt. Bei ihren Ermittlungen kann die Polizei auf Abdullah Aksuay's Grundstück sowie auf Grundstücken von zwei weiteren Häusern, in denen er in den letzten Jahren gelebt hatte, die Überreste von zwölf weiteren Männern sicherstellen, die er alle in den fünf Jahren zuvor ermordet hat. Die meisten der Opfer sind wie Muharrem kopfüber eingegraben. Darunter sind zwei deutsche Archäologen, die in der nahegelegenen Stadt Kiriköök Ausgrabungen gemacht hatten, sowie drei weitere Männer, die beruflich in der Nähe beschäftigt waren. Seine anderen Opfer kommen alle aus der Umgebung. Abdullah hatte alle seine Opfer in Cafés kennengelernt und sie zu sich nach Hause eingeladen und sie dann nach seiner gewohnten Methode niedergeschlagen. Anschließend führt er einige Handlungen an ihnen aus. Vielen von ihnen fügt er Kopfverletzungen mit einem Messer zu. Dann vergräbt er sie auf seinem Grundstück. Abdullah wird wegen 13 Morden angeklagt, es könnte aber sein, dass er wesentlich mehr Opfer hatte. In der Gegend gibt es noch etwa 30 weitere vermisste Personen im betreffenden Zeitraum, doch da nur die Überreste von 13 Personen gefunden wurden, konnten Abdullah Aksäu auch nur diese Taten nachgewiesen werden. Die Behörden und auch Abdullah selbst rechnen mit einem Todesurteil, doch eine Woche vor der Urteilsverkündung wird er in seiner Einzelzelle hängend aufgefunden. Sein Vater weigert sich, ihn beerdigen zu lassen, sodass dies schließlich von der Gemeinde übernommen wird. Zu seiner Beerdigung kommt allerdings niemand. Im März 2001 macht sich die 26 Jahre alte Samantha Ghazin-Gobese auf den Weg nach Mbabane, die Hauptstadt von Eswatini, damals noch Swaziland. Sie möchte sich dort am Hochgericht um einen Job bewerben, doch zu der Zeit ist es extrem schwierig, einen guten Job zu bekommen und viele Bewohner des Landes gehen nach Südafrika, um in Minen zu arbeiten. Deswegen kann Samantha ihr Glück kaum glauben, als sie noch an der Bushaltestelle in ihrem Wohnort Manzini auf einen Mann trifft, der ihr einen recht gut bezahlten Job in einer Chemiefabrik anbietet. Sie muss nun doch nicht in die Hauptstadt fahren, sondern kehrt aufgeregt nach Hause zurück und berichtet ihrer Mutter, dass sie einen Job gefunden hätte. Nachdem sie sich umgezogen hat, macht Samantha sich auf den Weg, um sich wieder mit dem Mann zu treffen, um Einzelheiten wegen des Jobs zu besprechen. Ihre Mutter wundert sich, als sie in der Nacht nicht nach Hause zurückkehrt, vor allem, dass Samantha ihr Baby dort gelassen hat. Als sie in den nächsten Tagen nichts von ihr hört, ist sie äußerst beunruhigt. Um die gleiche Zeit herum vermisst auch ein Mann namens Simon seine Frau und seine ein Jahr alte Tochter. Seine Frau, Vicky Lehm, eine Vorschullehrerin, ist mit dem gemeinsamen Kind zu ihren Schwiegereltern aufgebrochen, wo die beiden unter der Woche übernachten, da dies näher an ihrem Arbeitsplatz ist. Doch die beiden kommen nie dort an. Auch Tandi, eine von mehreren Schwestern aus einem Dorf beim Barbane, ist seit einer Weile mit ihrem zwei Jahre alten Kind verschwunden. Sie hatte einen Mann kennengelernt, der sie oft in ihrer Hütte besucht hatte und immer Geld zu haben schien. Tandi nimmt einige Zeit später ein Arbeitsangebot des Mannes, der sich David nennt, an und reist mit ihrem Kind zu ihm. David besucht danach noch oft die anderen Schwestern in ihren Hütten und bringt ihnen Briefe von Tandi mit, doch sie haben von Anfang an Zweifel, dass Tandi diese selbst geschrieben hat, da die Briefe komplett in Englisch sind. Doch dann lädt er noch zwei weitere der Schwestern, Twana und Vosho, zu sich ein, um ebenfalls bei ihm zu arbeiten. Auch von ihnen hört ihre Familie nichts mehr. Beide von ihnen lassen mehrere Kinder zurück. Im April 2001 suchen einige Hirten im Usutu-Wald in Malkerns in Eswatini nach einer Kuh, die ihnen weggelaufen ist. Allerdings finden sie keine Kuh, sondern mehrere menschliche Körperteile. Die Polizei schaut sich die Umgebung an und findet dabei so viele weitere Körperteile, dass sie 200 weitere Polizisten zur Suche sowie einige forensische Experten aus Südafrika anfordert. Insgesamt werden 45 Stellen gefunden, an denen Körperteile vergraben wurden und die Forensiker bestätigen wenig später, dass es sich bei den Körperteilen um die Überreste von 45 Personen handelt. Unter den Opfern sind vier Babys, der Rest davon sind Frauen. Am 11. April schreibt die Polizei eine Belohnung für Hinweise auf den Täter aus. Einige Tage später meldet sich ein Mann namens Paya Kanya bei ihnen und sagt, dass er seine Frau unter den Opfern vermutet. Sie ist einige Zeit zuvor spurlos verschwunden und die einzige Info, die der Mann bis dahin hat, ist, dass sie kurz vor ihrem Verschwinden gemeinsam mit einem Mann namens David Tabo Semilani gesehen wurde. Zufälligerweise hätte er David gerade an diesem Tag, es ist der 25. April 2001, in einem Supermarkt gesehen. Die Polizei nimmt Davids Spur auf und kann ihn kurz darauf auf einer Straße ganz in der Nähe der Grabstellen festnehmen. Er gesteht, die Taten begangen zu haben, aus Rache darüber, dass er wegen vorheriger zahlreicher Übergriffe auf Frauen sechs Jahre im Gefängnis verbringen musste. Aus diesem Grund hätte er gezielt beschlossen, eine Mordserie zu begehen. Er beginnt gegen Ende der 90er, Frauen mit sich in den Wald zu locken. Dort fesselt er sie, führt einige Handlungen durch und tötet sie anschließend. Einige von ihnen hat er erstochen, andere mit bloßen Händen erdrosselt. Vielen seiner Opfer hat er den Kopf abgetrennt. Wie er selbst sagt, seien einige dabei bereits tot gewesen, andere hingegen nicht. Bevor er sie vergräbt, stiehlt er noch ihr Geld und ihre Wertgegenstände. Von überall im ganzen Land gehen Meldungen über vermisste Frauen ein und die DNA-Tests ergeben in vielen Fällen ein Match mit denen der gefundenen Überreste. Auch Samantha, Fikilem, die drei Schwestern Tandi, Twana und Vosho sowie die Frau und das Kind von Paya Kanya sind darunter. Similani ist 1956 in Malanga geboren, wächst aber bei einer Tante in einer sehr abgelegenen Gegend fernab von Straßen und anderer Zivilisation auf. Er hat nur wenige Jahre lang die Schule besucht und das Angebot seines Onkels, ihm eine weiterführende Schule zu finanzieren, abgelehnt. Anschließend treibt er sich herum, schläft im Wald und in Schweineställen und ernährt sich von den Feldern anderer Bauern. Im Alter von 19 greift er seine damalige Freundin mit einem Messer an. Sie überlebt und er muss für 15 Monate ins Gefängnis. Anschließend lebt er in einem Zimmer, das er für umgerechnet etwa 8 Euro im Monat mietet, ohne Strom und fließendes Wasser. David spielt gerne um Geld und deswegen hat er meist keins. Aufgrund der starken Verwesung einiger der Opfer können David nur 28 der Taten zweifelsfrei nachgewiesen werden. Er selbst zeigt keinerlei Reue. Nach einem Prozess, der sich über 10 Jahre erstreckt hat, wird er schließlich zum Tod verurteilt. Sein Urteil ist noch nicht vollstreckt worden. Bei den Serienmördern mit den meisten Opfern gehört David Similane unter die ersten 20. Im Jahr 1972 wird Irina Viktorovna-Maschkina in der Stadt Kapinsk im Gebiet Swerdloffs geboren. Kurz darauf zieht ihre Familie nach Niagan, wo sie ihre Kindheit verbringt. Sie beginnt ein Jurastudium, doch sie bricht es ab und heiratet einen Mann namens Pjotr Gaidamatschuk, da sie von ihm schwanger wird. Kurz nachdem sie ihre Tochter Alina bekommt, beginnt Irina zu trinken. Dies nimmt solche Ausmaße an, dass ihr Mann sie sechs Jahre später verlässt. Irina kann sich nicht mehr um ihr Kind kümmern, da sie weiter trinkt und auf Anraten ihrer Eltern gibt sie Alina schließlich in ein Kinderheim. Einige Jahre danach lernt sie einen Mann namens Juri Kuznetsov kennen. Sie wird von ihm schwanger und zieht zu ihm in den Ort Krasnofimsk. Während sie schwanger ist, trinkt sie keinen Alkohol mehr und die Situation scheint sich zu bessern. Allerdings ist sie immer noch mit ihrem ersten Mann verheiratet, da keiner von beiden bisher die Scheidung eingereicht hat. Irina bekommt ihre zweite Tochter, Nastja, und ihre Nachbarn beschreiben sie als gute Mutter, die sich immer um ihr Kind gekümmert hätte. Doch während Nastja die Grundschule besucht, nimmt ihre Mutter ihre Gewohnheit wieder auf. Einmal stiehlt sie sogar Geld, das Nastjas Schulklasse zum Jahresende gesammelt hatte, um sich davon Alkohol zu kaufen. Sie fliegt auf und die Sache sorgt für viel Gerede im Ort. So beginnt Irina von zu Hause aus Strick- und Schneiderarbeiten zu erledigen, um sich selbst Geld dazu zu verdienen. Doch dies wird ihr auf die Dauer zu mühsam. Sie möchte mehr Geld haben und es einfacher verdienen. So beginnt sie, sich mit älteren Leuten anzufreunden und bietet ihnen an, ihnen im Haushalt zu helfen und Renovierungen durchzuführen. Im Jahr 2002, Irina ist 30, bittet eine ältere Frau sie darum, in ihrer Wohnung die Wände zu streichen. Während Irina alleine im Zimmer ist, in dem sie arbeiten soll, durchwühlt sie die Privatsachen ihrer Auftraggeberin auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen. Doch sie wird von ihr erwischt und die Frau regt sich schrecklich auf. Irina nimmt sich einen Hammer, der wegen der Renovierung der Wohnung griffbereit im Raum liegt und schlägt ihre Auftraggeberin mehrfach damit auf den Kopf. Die Schläge sind tödlich. Anschließend nimmt Irina ihr Geld mit und kann ungesehen aus der Wohnung flüchten. Niemand weiß, dass die Frau sie an diesem Tag zum Arbeiten engagiert hatte und so fliegt sie nicht auf. Da sie so einfach davon gekommen ist, macht sie sich bald auf die Suche nach einem neuen Opfer. Auf der Straße fällt ihr eine ältere Frau auf. Irina verfolgt sie bis nach Hause, klopft an ihre Türen und gibt sich als Sozialarbeiterin aus. Die Frau ist zunächst misstrauisch, doch Irina beherrscht es, sich gut auszudrücken und so wird sie schließlich in die Wohnung gelassen. Als die Frau ihr Tee kocht, greift sie sie mit dem Hammer an, den sie sich mitgebracht hat, tötet sie und durchwühlt anschließend ihre Wohnung. Die Leiche der Frau hat sie mit Decken und Kissen abgedeckt. In den nächsten Monaten begeht sie eine Vielzahl weitere Taten. Sie geht immer nach ihrer bewährten Methode vor, verschafft sich Zutritt, greift ihre Opfer mit einem Hammer und manchmal sogar mit einer Axt an und sucht anschließend nach Geld in der Wohnung ihrer Opfer. Manchmal findet sie nichts und verlässt die Wohnung mit leeren Händen. Einige Male steckt sie die Wohnung ihrer Opfer nach der Tat in Brand, um ihre Spuren zu verwischen. Doch nach etwa einem Jahr macht sie einen Fehler. Sie möchte nicht mehr die Zeit aufwenden, erst ein Gespräch mit ihrem Opfer zu führen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Dies ist ihr zu aufwendig geworden. Als die Rentnerin, die sie nach Hause verfolgt hat, ihr die Tür öffnet, greift Irina sie direkt mit ihrem Hammer an, bevor sie die Wohnung betreten hat. Die Frau beginnt laut zu schreien und fast sofort öffnet ihre Nachbarin die Wohnungstür, um zu sehen, was los ist. Irina rennt weg. Die Rentnerin überlebt den Angriff und sie sowie ihre Nachbarin haben Irina beide gesehen und können eine gute Beschreibung von ihr abgeben. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Polizei von einem Mann als Täter ausgegangen, doch nun werden Plakate mit Phantomzeichnungen von Irina in der ganzen Stadt aufgehängt. Die Polizei konnte außerdem Fingerabdrücke der Täterin am Tatort feststellen. Doch erst mal entgeht Irina der Polizei, die damit beschäftigt ist, blonde Frauen zu befragen. Irina hat sich längst die Haare gefärbt und diese Veränderung scheint zu genügen. Niemand verdächtigt sie, obwohl eins der Plakate mit ihrem Phantombild an einem Laden direkt gegenüber ihrer eigenen Wohnung hängt. Sie fährt nun immer in benachbarte Städte, um ihre Taten zu begehen, zum Beispiel nach Jekaterinburg, Drushinino und Serow, wo sie innerhalb von nur zwei Tagen gleich vier Rentner umbringt. Es ist mittlerweile 2008 und Irina hat bereits acht Personen umgebracht. Kurz darauf, als sie sich im Dorf Achit in die Wohnung einer älteren Frau eingeladen hat, wird sie erneut fast erwischt. Die Frau hat offenbar ein merkwürdiges Gefühl und ruft aus einem Nebenzimmer die Polizei. Bevor sie eintrifft, schlägt Irina mit dem Hammer auf sie ein und beginnt wie üblich die Wohnung zu durchsuchen. Währenddessen klingelt ein Polizist an der Tür. Irina beobachtet ihn aus dem Fenster heraus. Da niemand antwortet, geht der Polizist nach einer Weile wieder, ohne etwas weiteres zu unternehmen. Doch als die Leiche der Frau wenige Tage später gefunden wird, stellt die Polizei fest, dass die Täterin dieses Mal ihren Hammer am Tatort zurückgelassen hat. Dies muss ein Versehen gewesen sein. Er ist voller Fingerabdrücke von Irina. Da ja bei einer ihrer Taten zuvor auch bereits Fingerabdrücke gefunden wurden, ist die Polizei nun sicher, dass es sich um eine Serientäterin handelt. Ihr nächstes Opfer ist eine Rentnerin aus dem Dorf Nischnitagil. Was Irina nicht weiß, ist, dass die Tochter der Frau die Leiterin der örtlichen Polizei ist, so wird dieser Vorfall äußerst intensiv untersucht. Doch sie haben die falsche Frau Maria Valeva im Visier. Sie ist aufgefallen, da sie seit langem von kleinen Diebstählen lebt und nach einiger Zeit in Polizeigewahrsam gesteht Maria, die ganze Mordserie begangen zu haben. Doch während Maria in Urhaft ist, geschehen mehrere weitere Taten nach dem bekannten Muster und die Polizei muss sich schließlich eingestehen, dass sie die falsche Frau festgenommen haben. Maria wurde zu dem Geständnis gezwungen. Unter anderem hatte ihr die Polizei einmal eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und gedroht, sie zu ersticken. Die Suche nach der Warentäterin geht weiter. Irina hat in der Zwischenzeit einen neuen Mann kennengelernt und verlässt ihren Partner und ihre zweite Tochter für ihn. Sie bekommt erneut einen Auftrag zu Renovierungsarbeiten von einem 81-jährigen Rentner, den sie währenddessen nach ihrem gewohnten Muster mit ihrem Hammer angreift. Sie schlägt 18 Mal auf ihn ein, doch er scheint immer noch zu leben. Irina lässt die Badewanne ein und er drängt ihr Opfer dort. Während die Polizei ermittelt, kommt ein Nachbar auf sie zu, der sich nun, fast sieben Jahre später, daran erinnert, dass Irinas erstes Opfer kurz vor ihrem Tod eine Frau engagiert hatte, die bei ihr die Wände streichen sollte. Sie lebte ganz in der Nähe des letzten Opfers und der Nachbar kann sich auch an den Namen der Frau, die engagiert wurde, erinnern. So sucht die Polizei nun Irina auf, um sie zu verhören und nimmt ihre Fingerabdrücke. Als sie übereinstimmen, wird Irina der Mordserie angeklagt. Auch Haare, die an einigen der Tatorte gefunden wurden, stammte von Irina, wie die Untersuchung bestätigt. Irina gesteht, die Taten des Geldes wegen begangen zu haben und wird als voll zurechnungsfähig erklärt. Sie hat innerhalb von sieben Jahren 17 Personen zwischen 60 und 90 Jahren umgebracht und wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Medien bezeichnen sie als den Satan in Frauenkleidung. Aku Yadav, geboren im Jahr 1972, wächst mit zwei Brüdern in den Slums von Kasturba Naga auf, nahe der indischen Stadt Nagpur. Schon früh mischt er in einer Gang mit, die in den Slums aktiv ist. Er begeht gemeinsam mit anderen zahlreiche Überfälle und Diebstähle. Bei vielen ihrer Taten kommt es dazu, dass sie ihre Opfer umbringen. Yadav, der sich geschickt anstellt, bekommt schnell Anerkennung innerhalb der Gang Bei seinen ganzen Diebestouren stiehlt er sich ein kleines Vermögen zusammen und innerhalb weniger Jahre wird er zum Anführer der Gruppe. Er weist nun weitere Männer darin ein, wie sie die Raubüberfälle und Diebstähle begehen sollen. Die Polizei ist natürlich im Bilde darüber, dass viele der Diebstähle, Raubüberfälle und sogar Morde auf das Konto der Gang gehen, doch Yadav kann es sich mittlerweile leisten, die Polizei zu bestechen. Immer wieder gibt er ihnen großzügige Geldsummen. Wenn jemand droht zu reden, wird er aus dem Weg geräumt. Doch Yadav muss jedes Mal, wenn eine Leiche gefunden wird, erneut zur Polizei gehen und ihr Bestechungsgeld zahlen. Hin und wieder wird er auch festgenommen und bekommt zum Teil kürzere Haftstrafen. Dies ist allerdings mehr eine Formalität und er ist immer in kurzer Zeit wieder in Freiheit, da er der Polizei weiterhin Geld gibt. Deswegen ist es ihm meist lieber, seine Opfer nicht umzubringen, sondern sie auf andere Weise zum Schweigen zu bringen. Dazu nutzt er immer wieder Mädchen und Frauen aus, um bestimmte Dinge mit ihm zu machen. So traut sich kaum jemand, etwas gegen ihn zu sagen, da alle sich fürchten und sich von ihm eingeschüchtert fühlen. Obwohl seine drauf dringt er in ein Haus ein und ersticht die Bewohnerin vor den Augen ihrer 16 Jahre alten Enkelin. Sie muss ebenfalls zuschauen, wie er ihrer Großmutter die Finger und die Ohren abschneidet, da sie Schmuck trägt, den er stehlen wollte. Wenig später verschafft er sich nachts Zutritt zum Haus eines Paares, in dem er sich als Polizist ausgibt. Er sperrt den Ehemann im Badezimmer ein, während er seine Frau zu bestimmten Handlungen zwingt. Während er in den Slums auch die Polizei in der Hand hat und keiner ihn belangt, darf er ab 2004 immerhin die Stadt Nagpur nicht mehr betreten, da seine Handlungen natürlich auch dort bekannt und berüchtigt sind. Yadav lässt sich jedoch nicht beirren. Weiterhin schlägt er Leute zusammen, bestiehlt sie und bringt Frauen in seine Gewalt, bekommt von der Polizei gesagt, dass sie doch freiwillig mitgemacht hätte. Yadav überfällt eine weitere Frau, Ashur Bagati, in ihrem Haus. Auch ihre Tochter ist dort und sie alarmiert die Nachbarn. Vor den Augen der Nachbarn und ihrer Tochter verletzt Yadav die Frau mit einem Messer und zehrt sie dann auf die Straße, wo er sie vor zahlreichen weiteren Zeugen tötet. Einen Mann, Später erscheint er mit seiner Gang vor dem Haus von Usha Narayane, eine Frau, die eine Beschwerde gegen ihn eingereicht hatte. Yadav, der eine kleine Flasche mit Säure dabei hat, erklärt ihr, dass hier nichts geschehen würde, sofern sie ihre Beschwerde zurückzieht. Doch Narayane denkt nicht daran. Sie hat sich verbarrikadiert und die Männer kommen nicht ins Haus. Während sie sie Wüst beschimpft, ruft sie die Polizei, die ihr verspricht vorbeizukommen, doch dies geschieht nicht. Yadav und seine Männer sind kurz davor, die Tür aufzubrechen. Narayane öffnet einen Gaszylinder und droht ihm damit, das Gas anzuzünden, sofern sie ins Haus kommen sollten. Da Yadav selbst das Gas riechen kann, bestießt er, sich zurückzuziehen. Narayane hat allerdings genug. Wie alle immer wieder mit Frauen macht. Sie trommelt ihre Bekannten zusammen und der wütende Mob zündet Yadavs Haus an. Yadav geht sofort zur Polizei und wird nach dem Vorfall, wie die Polizei sagt, zu seinem eigenen Schutz festgenommen. Am 7. August 2004 soll er wegen der Beschwerde von Narayane vor Gericht erscheinen. Hunderte Bewohner der Slums haben sich dort versammelt, um zuzuschauen, als Yadav von einem seiner Komplizen ein Messer zugesteckt bekommt, was von mehreren Personen beobachtet und gemeldet wird. Yadavs Komplize wird festgenommen und Yadav selbst beschimpft die Frauen vor der Polizei und dem Gericht und sagt ihnen, was er alles mit ihnen machen wird, sobald er zurück ist. Seine Anhörung wird auf den nächsten Tag verschoben, wo es wieder zu Tumulten kommt. In diesen fünf Tagen spricht sich herum, dass Yadav nach seiner Anhörung am 13. wieder in die Freiheit entlassen werden würde. Dann würde es genauso weiter gehen wie zuvor. Die Frauen aus Yadavs Nachbarschaft bereiten sich vor und als Hunderte von ihnen zu Yadavs Termin am 13. zum Gericht gehen, haben alle von ihnen sich bewaffnet. Sie haben sich alle kleine Küchenmesser in ihre Handtaschen gepackt, die einmal in seiner Gewalt hatte. Er beginnt sich über sie lustig zu machen und sagt zu ihr, dass er sie sich bald nochmal vornehmen würde, woraufhin die Polizisten im Saal lachen. Dies ist der Moment, in dem die Situation eskaliert. Was genau sich weiter abgespielt hat, unterscheidet sich in Details je nach Augenzeugenbericht, doch es muss in etwa das folgende gewesen sein. Die Frau beginnt, die mehreren hundert Personen kontrollieren. Dutzende von ihnen stürzen auf Yadav ein, stechen mit ihren mitgebrachten Messern auf ihn ein, schlagen ihn mit Steinen und schütten ihm Chili-Pulver ins Gesicht. Die meisten anwesenden Polizisten flüchten. Yadav kann niemand mehr helfen. Im Alter von 32 Jahren stirbt er auf dem Marmorfußboden des Gerichtssaales einen brutalen Tod. Die Frauen lassen nicht von ihm ab. Auch als er tot ist, stechen und prügeln sie weiter auf ihn ein und bis der Saal geräumt werden kann, ist seine Leiche kaum noch zu erkennen. Er hat über 70 Stichverletzungen davon getragen. Während die meisten Frauen zurückfahren und in ihrem Slum den Sieg über Akku Yadav verkünden, werden fünf von ihnen noch vor Ort festgenommen. Die Polizei, die vorher nicht gehandelt hat, um sie vor Yadav zu schützen, ermittelt nun gegen sie. Die Frauen sagen, dass es kein Treffen gegeben hätte, um die Tat zu planen, sondern es hätte sich einfach so herumgesprochen, dass nun etwas gegen Yadav unternommen werden muss. Eine Sonderermittlungseinheit vertritt dagegen die Theorie, dass Yadav eigentlich speziell von vier Männern umgebracht wurde, die ihn mit kleinen Messern erstochen hätten und die Frauen würden sie nun lediglich decken. Doch über 200 Frauen bekennen sich dazu, dass sie an dem Angriff auf Yadav teilgenommen haben. Auch Usha Narayane, die bei dem Vorfall gar nicht im Gerichtssaal anwesend war, wird festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, die Frauen angestiftet zu haben. Doch es gibt viele widersprüchliche Aussagen zum Geschehen und als das Ganze verhandelt wird, sagt der Richter selbst, dass die Aussagen der anwesenden Polizisten zum Geschehen unzuverlässig seien. Aufgrund von mangelnden Beweisen und zu stark voneinander abweichenden Aussagen werden schließlich alle der festgenommenen Frauen wieder entlassen und niemand wird verurteilt. Usha Narayane allerdings behauptet, dass sie bis heute von der Polizei beobachtet wird. Im Jahr 1957 wird Doranjel Vargas Gommes in Merida in den Anden in Venezuela geboren. Er hat zehn Geschwister, seine Familie ist arm. Da Doranjel auf der Farm seiner Eltern mitarbeiten muss, beendet er den Besuch der Schule bereits nach sechs Jahren. Nachdem seine Mutter stirbt, geht er gemeinsam mit seinem Vater zum Arbeiten nach Santa Elenas. Das Gebiet liegt in der Gemeinde Tachiras, ebenfalls mitten in den Anden und direkt an der Grenze zu Kolumbien. Doranjel wird mehrfach wegen Diebstählen festgenommen und im Jahr 1995, als er 1830 ist, bringt er bei einem Raubzug einen Mann, Cruz Balthasar Moreno, um. Die Tat wird direkt aufgedeckt und Doranjel sagt, dass er betrunken gewesen sei. Nach seiner Festnahme wird bei ihm Schizophrenie festgestellt und er kommt für zwei Jahre in eine psychiatrische Klinik. Anschließend wird er ohne Auflagen entlassen. In den folgenden zwei Jahren begeht er eine Serie von Taten, die so brutal ist, dass man sie kaum mit anderen Vorfällen vergleichen kann. Bei der Polizei gehen immer mehr Meldungen von Personen ein, die ihren Ehemann, ihren Vater oder ihren Sohn vermissen. Hauptsächlich Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren verschwinden. Was mit ihnen geschehen ist, bleibt zunächst unklar. Doch am 12. Februar 1999 Schutzdienstes, die wegen Unwettern in der Gegend waren, die Überreste von zwei Personen gefunden. Als die Behörden zum Fundort gerufen werden, finden sie in der Gegend kurz darauf die Überreste von sechs weiteren Männern. Zunächst denken sie, dass eine Sekte in der Gegend Rituale durchgeführt hat oder dass eine Gang ihre Opfer dort beseitigt hat. Doch in Wirklichkeit sind alle der Männer einer einzelnen Person zum Opfer gefallen, die alleine arbeitet. Auch den Ermittlern wird schnell klar, dass es sich bei den Leichen um einige der Männer handelt, die in den letzten zwei Jahren von ihren Familien als vermisst gemeldet wurden. Als die Ermittler darauf aufmerksam werden, dass Dorangel, der bereits wegen eines Mordes in der Psychiatrie war, in unmittelbarer Nähe der Leichenfundorte lebt, statten sie ihm direkt In seiner Küche bewahrt Dorangel mehrere Container auf, die das Fleisch seiner Opfer enthalten, von dem er regelmäßig gegessen hat. Zusätzlich finden sie drei menschliche Köpfe sowie mehrere Hände und Füße. Das ganze Szenario ist wie in einem schlechten Horrorfilm. Natürlich wird Dorangel sofort festgenommen. Er hat sich ein Rohr zu einem Sperr umfunktioniert und beschreibt, dass er seine Opfer damit gejagt Opfer überwiegend Männer, die am Ufer eines Flusses arbeiten. Sobald er eine günstige Gelegenheit hat und einer der Männer alleine arbeitet und sonst niemand in der Gegend ist, beginnt er seine Jagd. Er stürzt auf die Männer zu und verfolgt sie, sofern es ihnen gelingt wegzulaufen. Er tötet seine Opfer dann, indem er sie mit Eisenstangen oder Steinen erschlägt und anschließend zerstückelt er ihre Leichen. Das Fleisch, das er verzehren möchte, trennt er ab und er vergräbt die Überreste dann in der Gegend. Laut eigenen Angaben hat er seit seiner Entlassung aus der Psychiatrie mehr als zehn Männer auf diese Weise umgebracht. Er gibt detaillierte Auskunft über die Zubereitung des Fleisches, zum Beispiel, dass er es mit bestimmten Kräutern gekocht hätte und dass das Fleisch von schlanken Männern das Beste sei. Seine Diagnose auf Schizophrenie wird bestätigt. Sein Arzt beschreibt ihn als ruhig und sanftmütig, ganz und gar nicht so, wie man es von einem Täter dieser Art erwarten würde. Aufgrund seiner Diagnose kann ihm in Venezuela kein Prozess gemacht werden. Ohne jemals für seine Taten verurteilt zu werden, verbringt er seine Zeit ab diesem Zeitpunkt Er selbst sagt aus, dass er in den zwei Jahren etwa alle zwei Wochen einen Mann ermordet hätte. Da er selbst keinen Kühlschrank hatte, hätte er das Fleisch nämlich nicht länger aufbewahren können. Dorangel Vargas gilt als der erste Serienmörder in der Geschichte Venezuelas. Er wird auch der Hannibal Lecter der Anden genannt. Bitte lasst mir einen Kommentar da, welcher der Serienmörder für euch der krasseste war. Lasst mir ebenfalls einen Kommentar unten, falls ihr Fälle von weiteren Serienmördern kennt. Denkt auch daran, ein Like dazu lassen, dadurch kann das Video von mehr Leuten gesehen werden. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanal Mitgliedschaft nach. Vielen .